Ich bin jetzt angekommen in Frankfurt auf der Buchmesse. Ich war letztes Jahr auch da. Letztes Jahr war ich hier mit dem Kamerateam von der ARD. Dieses Jahr bin ich alleine hier. Ich werde jetzt besuchen, ich werde jetzt besuchen Finanzbuch Verlag, also meinen Verlag. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich viele Verlagsstände besuche, wo Bücher sind, die dieses Jahr erschienen sind, in denen ich zitiert werde oder für die ich ein Vorwort geschrieben habe und so weiter. Das sind tatsächlich einige gewesen. Ich mache das ja ganz gerne. Ich bin ja echt ein Buch-Fan und mag es auch bei anderen Buchprojekten zu unterstützen. Es ist ja eh so faszinierend, dass weltberühmte Autoren, Experten, Unternehmer ihr Wissen so freigiebig behandeln und in Bücher verpacken. Ich habe davon immer so viel gelernt in meinem Leben, auch in meinem Unternehmerleben, in meiner Beziehung, im Mindset und so weiter. Und ich finde es immer wieder, und das ist das Faszinierendste daran, dass so wenige Menschen dieses Tool nutzen. So wenige Menschen kaufen sich für 20 Euro ein Buch, wo so viel wertvolles Wissen drin steht, was ihnen Millionen bringen kann oder eine tolle Beziehung und so weiter und nutzen das aber nicht, weil sie zu faul sind zu lesen oder angeblich keine Zeit haben zu lesen. Ich glaube, das ist eine reine Prioritätensetzung, dass man eben lieber drei Stunden im Kino sitzt, anstatt sich ein Buch durchzulesen oder Ähnliches. Das war's noch.